Geschätzte Damen und Herren, herzlich Willkommen am Begrüßungsapéro der Ehregeste vom Grössten Winzerfest in der Deutschschweiz. Herzlich Willkommen am Grössten Winzerfest in der Deutschschweiz. Wir freuen uns riesig, dass wir nach zwei Jahren Pausen wegen Corona endlich wieder das Fest machen. Und auch die deutschen Hoheiten kennen zu lernen und mit Ihnen den Tag hier zu verbringen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Winzerfest-Sontag und dann grüssen Sie Sie. Zum Wohl. Liebe Gäste, auch ich darf Sie heute herzlichst hier begrüßen. Ich darf mich kurz vorspielen. Ich bin die Sabina. Ich bin die noch amtierende Weinprinzessin der Pfalz. Und es freut mich heute sehr, die Reise aufgenommen zu haben, auf der Einladung hier heute in die Schweiz zu kommen. Mein Name ist Jessica Himmelsbach und ich freue mich einfach auf einen wunderschönen Tag, darauf ganz viele edle Tropfen hier aus dem Aargau probieren zu dürfen. Das ist unser Anteil und ich danke Ihnen, vor allem im Organisationskomitee, aber natürlich auch euren Winzerinnen und Winzer, euch im Verein. Also all die, die noch nicht Mitglied sind im Verein, wertet das. Es sind noch zwei, drei, die es vielleicht noch nicht sind, das habe ich es jetzt gesagt. Wertet das, unterstützt das auch. Ich danke aber natürlich allen Helferinnen und Helfer. Schorsch, danke vielmals. Danke da, dass du mit geilerer Firma uns immer tagkräftig unterstützt hast. Du bist wenn sie fast.